Was verlangt ihr? Meister, das Gebäude ist fertig. Danke, Meister. Verstanden, Meister. Meister, helft mir! Meister, ein Redfall auf die Stärke! Ach, sie tun mir weh! Bei Stufe 24. Hm, das finde ich jetzt interessant, dass... Na ja, Mignon, komischer Typ. So. Gut, machen wir das so. Irgendeine neue Waffe, die ich dadurch benutzen könnte... Nicht wirklich, ich könnte das Orkball benutzen, aber ey... Ne. Na komm, holen wir uns unsere ersten... Zehn Havocs mal. Bereit! Und los! Auf meinen Befehl! Und dann fangen wir mal an zu säubern. Alles, was ihr wünscht. Danke. Ich bin unwürdig. Ich gehorche, Meister. Schlagt sie zurück! Schließt die rein! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Was wünscht die Rune? Feindlich rein! Ich antrott! Sie ist mit Unheilbarkeit, klar. Ich stehe bereit. Verstanden. Sie sind überall! Auf meinen Befehl. Zur Ehre, Aronius. So, jetzt bist du nicht mehr unheilbar, also heil sie mal. Bereit! Und los! Gut. Mir nach! Ja, jetzt bringen die... Bereit! Und los! Die Schatten bringen nur XP, okay. So, Havocs. Wo? Hier. Ah, okay. Ich, äh... So, jetzt hier mal zwischenspeichern. Wir sind ja schon ein gutes Stück weiter. Zu Befehl! Oh, ich hab meine Schütze vergessen. Verstanden. Dann haltet, Männer! Wir sind der Tod. Und ja, ich hab mich hier überrascht, dass sie bis jetzt noch jemanden in dem Steinbruch umgebracht haben. Schnell! Und los! Alles, was ihr wünscht. Das ist leicht. Was verlangt ihr? Danke! So, das sollte dann auch ein Türm hier reichen. Auf meinen Befehl. Schnell! Sofort! Noor, lassen wir sie nicht warten. Ah, gut. Wie sieht's jetzt aus mit... dem Upgrade? Noor, macht uns stärker, Meister. Das Upgrade wurde ausgeführt. Wir können uns... Äh. Geht weg! Lass mich in Ruhe! Heißt du, du, Silber. Noor, macht uns stärker, Meister. Bereit! Und los! Vorwärts! Vorwärts! Okay, ja, ich müsste gerne... Sofort! Ah, da ist nochmal ein... Sofort! Okay, wie kommt man da nochmal hoch? Ach, hier unten. Und unten durch. Folgt mir! Für die Ehre! Ruhm und Ehre! Vorwärts, Krieger! So, wie sieht's hier überhaupt mit meinem Mond, Silber? Okay, es ist noch etwas. Also, wir wissen schon mal, wo noch zwei... Ich bin unwürdig. Bin schon da. Gerne. Zwei der... Zwei der... Gärme. Was sagt's mir schon? Hier geht's zu dem See runter, da will ich ja allerdings noch nicht hin. Zwei der Leuchtfeuersiebe, die wir aktivieren müssen. Auf meinen Befehl. Schnell! Für die Rune! Feindlicher Angriff! Wir werden angegriffen. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Verstärkt die Deckung! Wo bin ich? Da bin ich. Schlagt sie zurück! Das ist ein Hinterhalt! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Oh, du könntest den Heilungsvertrag nicht vertreten. Schlagt sie zurück! Auf meinen Kommand mir nach! Und los! Zur Ehre, Aonius! Oh! Wir sind der Tod! Ja! Kämpft, Männer! So, was haben wir hier? Oh, die Brustbrotzer eines mit den Zips. Ja, damit haben wir... Drei vom Vierteil. Bereit! Und los! Was auch sehr gut ist. Vorwärts! Wir sind Level 24, das heißt, es fehlen noch vier Level, bis wir an unserem Ziel sind. Auf mein Kommando! Gerne! Ja, vorwärts! Zum Angriff! Sie sind schon in der Stadt! Dann holen wir es mal noch mal ein 10er Bull Kevox. Verstärkt die Deckung! Dich heilen wir mal. Schließ die rein! Bereit! Folgt mir! Die hier schlagen wir, das ist gut. Sofort! Schnell! Sofort! Achso, das ist der Vulkankrater, ist es klar, dass wir den nicht reinkommen. Doch, da hoch sollten wir kommen. Mir nach! Und los! Gut, erstmal hier gucken. Und los! Ich bin sofort, sofort! So, meine Arbeiterschaft ist hier. Das ist leicht. Alles, was dir wünscht. Verstanden, Meister. Also ja, ich mach's diesmal richtig und nicht schnell. Mir nach! Mir nach! Vorwärts! Hm. Wir sind der Tod! Was verlangt ihr? Ich gehorche, Meister! Ich bin sofort, sofort! Ich gehorche, Meister! Ja. Und los! Folgt mir! Das heißt, wir gucken jetzt mal hier lang. Hier waren nämlich auch Schatten im Weg. Und dann gucken wir mal zu dem See. Wobei, wir gehen dann erstmal... Ach, es ist schwierig teilweise. Hier zum See gehen wir als letztes. Wir gehen mal erst hier hoch. Gucken, was hier oben ist. Bereit! Und los! Hier waren doch Schatten, oder nicht? Folgt mir! Schnell! Hier sind Schatten, okay. Mir nach! Habe ich die vorhin hier ausgesehen vielleicht? Vorwärts! Kämpft, Männer! Verstärkt, die Deckung! Schlagt sie zurück! Schließt sie rein! Schließt sie rein! Haltet durch, Männer! Drohnenkinder fehlt. Verstanden. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Linien müssen halten! Zur Ehre, Aronius! Feindlicher Angriff! Zu Befehl! Darauf gehen sollte niemand. Die Linien müssen halten! Auf mein Kommando! Und los! Folgt mir! Aber ja, langsam wird's irgendwie ruhiger. Stehe bereit! Aura, Lebensrupp, Schmerz, schwarze Allmacht. Bereit, mir nach! Für die Rune! Halte durch, Männer! Halte durch, Männer! Halte durch, Männer! Verstanden. Au. Schlagt sie zurück! Schließt sie rein! Linien müssen halten! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Dann halte, Männer! Alles klar! Haltet durch, Männer! Oh, noch mal draufgegangen. Oh, das sind ein paar viele. Alles klar! Schlagt sie zurück! Wird sofort ausgeführt! Und hier ist ein Einziedler. Mit dem war, glaube ich, auch mit dem Pass. Ich glaube, den sollten wir erstmal in Ruhe lassen. Dann halte, Männer! Bereit! Zur Ehre, Aronius! So, gleich bist du auch tot. Schnell! Gut. Sofort! Oder wir sprengen mal mit dem Einsiedler. Auf meinen Befehl! Ich glaube, nämlich der soll die Hilfe sein. Die wir suchen.